hallo minecraft und willkommen zur nächsten folge folge 6 von captive minecraft 4 winter real vielen dank dass ihr dabei seid und wir haben letztes mal hier ordentlich unten gefahren haben brot gekriegt also pizza alles sehr gut und jetzt wollte ich mal noch ein bisschen holz fahren gehen machen wir mal zwei zusammen und dann haben wir noch eine ganze weil die bäume sind gewachsen ich hoffe natürlich dass hier oben jetzt keine zombies durch die gegend rennen das wäre ein bisschen ärgerlich außerdem haben wir das getreide neu gepflanzt ja und so geht es stetig voran ich denke in der nächsten folge sind wir bereit wieder nach unten zu gehen spätestens ich will jetzt erstmal ein bisschen equipen weil ich habe schon gemerkt das holz war knapp vielleicht bauen wir auch hier gleich noch mal ein neues haus haben wir noch eine schaufel ne haben wir nicht das wäre nämlich cool wenn wir uns ein neues häuschen bauen schuppel 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 machen wir uns gleich eine eisenschaufel was soll es denn ein bisschen protzen hier wenn wir nämlich ein haus gebaut haben dann haben wir mehr platz um die ganzen farm sachen und so anzulegen deshalb möchte ich das jetzt gerne machen und so ein kleines gemütliches häuschen nichts großes aber es soll halt natürlich trotzdem irgendwie toll aussehen wie es eben bei mir sein muss jetzt kommt draußen gerade Müllabfuhr jetzt muss ich gerade mal gucken was wir hier für steinchen nehmen cobblestone wir haben einfach zu wenig holz für den boden nehmen wir mal ein bioret und nehmen wir mal ein paar mit cobblestone Warum habe ich da ein Loch gegraben? Manchmal muss man nicht verstehen, was ich baue. In die Ecken kommt dann Holz rein. Warum kann ich da nicht nach oben? Ey, geh mal weg da. Gibt es da oben eigentlich auch Kisten? Ich habe mal einen Captive gesehen, da waren auch da oben. War da nicht das Neterbot da? Ne, das nicht mehr. Doch, hä? Ich meine, ich habe mal was gesehen. Oder war das da oben? Ach, da gehört ja gar nichts hin. Was baue ich denn hier? Ja. Hier machen wir mal zu. Und dann können wir hier das nämlich abreißen. Was ist das? Ach, das war dieser Spawnpunkt. Oh, und es wird schon wieder Tag. Das freut mich auch. Dann brauche ich bald keine große Angst mehr vor Zombies haben. Es schneit! In Captive Minecraft. Also der Sinn, weshalb ich das jetzt baue, ist ganz einfach. Damit ich einfach mehr Platz für andere Sachen habe. Und auch die Aufteilung, ja, für Getreide, für Holz, für Bäume, dass das einfach ein bisschen besser wird. Den Schnee lassen wir natürlich nicht schmelzen hier. Nein, dann nehmen wir alles mit. Da fehlt auch noch ein Cuttle Stone. Ich dachte, ich hätte so viel Cuttle Stone gefahren. Dabei war es kaum was. So. Haben wir hier noch Zäunchen? Nö. Wir hatten nur drei. Zweikästen, Zweikästen, Fail. Egal. Egal, für den Moment passt das so. So, Getreide wächst. Das ist die Hauptsache. Hoffentlich nichts runtergefallen. Wir platzieren das anders. Ins Eck kommt die Crafting Stable. Dann passt da eine Kiste hin und hier kommen die Öfen. Noch mehr Sand. Äh, Schnee. Jetzt haben wir über ein Steck Schnee. Und nicht nur so Schnee, ja. Sondern richtigen Schnee. Oh, da haben wir auch noch Schnee. So. Kiste weg. Ach ja. Kiste hin. Essen. Ist egal. Wir hauen das jetzt einfach alles so rein. Die Fackel brauchen wir nicht mehr. Die können wir hier hin pflanzen. Und dann machen wir da noch ein paar Ockbäume hin. Das der Diorot hier bleibt, das ist ein bisschen ungeschickt. Oh, da. Wow. Kleinen Riesenbaum gewachsen. Und dann müssen wir uns auch noch hochbauen. Und dann müssen wir uns auch noch hochbauen. Wenn, ähm, wenn, ähm, außerhalb von, von unserem Bereich gerade, wenn da noch irgendwelche Holzklötzchen im Baum sind. Und so wie da, da sind zwei Holzklötze. Dann müssen wir erst wieder ein Achievement erreichen. damit nur die Abbauung sind. Und das wird schwierig. Weil, wie gesagt, wir sind im Moment darauf angewiesen, dass wir... Aber ich kann mir noch eine Kiste machen. Ähm. Wir müssen... Da kommt mal das Zeug rein. Ich muss gerade ein bisschen... Wir müssen auf jeden Fall jetzt dann nach unten wieder in der nächsten Folge. Oder in der... Ja, in der nächsten Folge. Und, ähm... Gucken, dass wir Diamanten finden. Weil das ist eigentlich das nächste Achievement, was wir erreichen müssen. Dann können wir so ein... Dort. Pflänzchen da rein. Pflanzen, Pflanzen und Mobs, oder? Das ist doch eine gute Aufteilung. Und diese komischen Bücher hier. Machen wir auch mal da rein. Dann hauen wir... Das Holzzeug da noch rein. Stimmt, wir haben ja... Oh, gut. Wir können sogar das Häuschen weiterbauen. Ist jetzt sehr ungeschickt. Ich weiß, ich weiß. Aber ich will halt so gern Häuschen bauen. Na. Oh, ich habe sogar einen Apfel gekriegt. Essen gehört hier rein, ja. Hatten wir gesagt. Zombiezeug, Zombiezeug. Andere Stuff. Steine. Steine hier. Steine da. Klei da. Granit da. Schnee da. Pflanzentumor da rein. So, jetzt haben wir nämlich nur noch vier Holz. Ist egal. Ist egal. Wir müssen auch ein bisschen schön bauen. So. Haben wir ein bisschen aufgeräumt hier. Jetzt habe ich alles Holz wieder verbaut. Bin ich doof. Ah, ne. Hier haben wir noch. Können wir doch noch mal ein paar Fackeln machen. Dachte, ich hätte wieder alles verplembert. Wutten how. Oh. Ich brauche noch ein paar Zäune. Aber ich glaube, drei reichen. Och, die haben jetzt eine andere Farbe, oder wie? Och. Mann. So war das nicht geplant. Egal. Was soll's? Was soll's? Was soll's? Ah, ich wollte... Ich hole mal da gerade so ein Steinchen. Oh, das Dirt. Dirt ist okay. Okay. Hm, brauche ich noch ein Dirt. Ich dachte, einer reicht. Was passiert denn eigentlich, wenn wir rauslaufen? So. Da nehme ich eine Fackel hin. Dann sollte das, ähm, eventuell ein bisschen besser funktionieren. Ach, da kann ich wieder nichts setzen. So, also da oben ist nichts. So. Ups. Nicht wundervoll. Wir pflanzen ja trotzdem nochmal ein Bäumchen an. So. Wir haben noch ein bisschen Holz. Ist eigentlich okay. Wir haben einen Haufen... Wutten Pick-Ecks. Wutten Pick-Ecks bauen wir nicht. Die können wir mal in den Ofen hauen. Wir haben noch ein bisschen Holz. Essen haben wir nichts. Essen. Essen muss man mitnehmen nach unten. Rabbit. Rabbit. Kompass. Brauchen wir im Moment nicht, weil so weit können wir gar nicht laufen. Ja, da wird es später interessant. So. Also, wir sind equippt für den Moment. Und, ähm, ja, ich gehe jetzt schon mal nach unten. Weil in der nächsten Folge werden wir unten weiter, ähm, auf Diamantensuche gehen. Ich bin immer noch ein bisschen sehr überrascht über diese ganze Geschichte mit der Höhe. Ja? Wir sind ja auf 200 Höhen. Au, 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 au. Au, 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 au. So. Unten angekommen. Gut. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao. Minecraft. Ja. I'm Peter. psy. So. So. cowboy